Im Gegensatz zu festangestellten Mitarbeitern, die ich persönlich präferiere, gibt es eben auch die Möglichkeit für diejenigen, die damit noch nicht starten wollen und kleiner starten wollen oder eben keine Mitarbeiter so stark führen wollen und deswegen lieber auf Freelancer zurückgreifen, inzwischen eine mannigfaltige Auswahl an virtuelle Assistenten. Da gibt es entsprechende Internetseiten, entsprechende Facebook-Gruppen dazu, wo man entsprechende virtuelle Assistenten finden kann. Hier kann man also zu einem Stundensatz entsprechend auf Stundenbasis Leistungen einkaufen. Ganz viele sind im Marketingbereich unterwegs, wenn es jetzt darum geht, hier zum Beispiel Postkarten vorzubereiten für eine Verteilung, wobei das könnt ihr da zum Beispiel auch über unsere Online-Druckerei www.mein-druckservice.de entsprechend zukaufen, den Satz, die Gestaltung, der Druck und die Verteilung, alles aus einer Hand. Aber weitere Thematiken, also E-Mail bearbeiten, Telefonanrufe entgegennehmen, vielleicht auch tagsüber, wenn ihr auf Arbeit seid, dann entsprechend, dass es nicht auf den Anrufbeantworter geht, sondern dass hier weitergeleitet wird an eure Assistenz entsprechend. Dazu bietet sich zum Beispiel auch sipgate.de an. Da kann man eine kostenfreie Voice-over-IP-Telefonnummer registrieren. Die kann man dann kostenpflichtig auch weiterleiten oder auch direkt eben die Zuhangsdaten weitergeben, dass die Person sich eben entsprechend direkt einloggen kann. Bei sipgate als Beispiel, da kann man dann ganze Telefonanlagen kostenpflichtig für ein paar Euro auch dazu buchen mit verschiedenen Ortsnummern und kann hier auch in der Objektakquise Off-Market entsprechend dann darüber targetieren, indem ich mir zum Beispiel einen 100er-Blog nehme und für verschiedene Marketingaktionen unterschiedliche Telefonnummern einsetze, wann ich über welchen Kanal wie viel Response dann entsprechend bekommen habe, indem ich die Telefone drecke. Der virtuellen Assistenz sollte man natürlich auf eine gemeinsame CRM-Software entsprechend Zugriff ermöglichen, dass man eine gemeinsame Datenbasis hat. Und hier hat man einfach die Möglichkeit generell für wenig Geld mit niedrigen Hürden einen Einstieg zu machen in das Thema Outsourcing bzw. Mitarbeiter einbinden und nicht mehr alles selber machen. Ich persönlich habe es schon am Anfang gesagt, ich bevorzuge eigene feste Mitarbeiter für den Telefonüberlauf. Ja, da nutze ich auch ein externes Callcenter entsprechend, das hier entsprechend branchenmäßig, jetzt in meinem Fall Online-Druckerei, entsprechend aufgestellt ist. Für die Finanzierungsvermittlung haben wir keinen so großen Telefonüberlauf, weil wir da entsprechend viele Leute haben, die telefonieren. Aber in der Online-Druckerei haben wir zum Beispiel ein externes Callcenter, das Zugriff hat auf unser System und die dann auch einfache Auskünfte entsprechend erteilen können, leiten dahin wieder weiter, haben eine entsprechende kleine Grundgebühr und zahlen dann pro angenommenen Anrufe entsprechend. So, das sind so verschiedene Einsatzmöglichkeiten für die virtuelle Assistenz. Wichtig ist ja zu systematisieren und zu delegieren frühzeitig und eben nicht viel zu spät erst damit anzufangen und alles immer selber machen zu wollen. Immobilieninvestment ist ein Business wie jedes andere und es sollte wie ein Business angegangen werden. Deswegen entweder über Wisszlitterallassistenten beginnen oder zum Beispiel über 450 Euro Minijobber, aber überhaupt beginnen mit Delegieren führen.